Mein Name ist Rainer Harter, ich bin der Gründer vom Gebetshaus Freiburg. In dieser herausfordernden Zeit motiviert mich als Christ, dass es ungezählte Möglichkeiten gibt, um anderen Menschen zu begegnen und ihnen zu helfen. Zwar sind persönliche Begegnungen etwas schwieriger zu bewerkstelligen als zu normalen Zeiten, aber sie sind möglich. Ich staune darüber, wie schnell man mit bisher unbekannten Menschen ins Gespräch kommt und wie schnell sich dann die Gespräche um bedeutsame Dinge drehen. Mich motiviert es, ein Hoffnungsspender zu sein. Und ich möchte Sie ermutigen, dies auch zu werden. Ein Anruf, ein Gespräch von Balkon zu Balkon oder eine kleine nachbarschaftliche Hilfeleistung beschenken nicht nur den Empfänger, sondern auch Sie selbst. Wenn Sie in dieser herausfordernden Zeit etwas geben, sind Sie am Ende selbst der Beschenkte. Eindabymliche Musik Dr. Strauss